Hallo bei Leonetta Love, heute zeige ich euch meine Ice Age Karten. Das sind alle meine Doppelten, die ich euch in den Ice Age Karten Videos zeigen werde, weil mein Stickerheft ist leider nicht voll geworden, aber fast. Das zeige ich euch noch in irgendeinem Video dann. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr den Film auch gesehen habt. Ice Age Kollision im Voraus. So, das war's dann. Gebt mal einen Daumen hoch und vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, ob ihr den Film auch gesehen habt. So, das war's dann.